Nachdenkseiten Die kritische Website Das Terror-Tabu Verantwortlich Jens Berger Der Terror ist allgegenwärtig in den Medien und rechtfertigt inzwischen nicht mehr nur eine immer größer werdende Zahl von Kriegen, sondern auch einen immer weitreichenderen Demokratie- und Grundrechteabbau und beispielsweise die Verwendung von Notstandsgesetzen gegen hunderttausende Protestierende. Er soll Schuld an bzw. Grund für alles Mögliche sein. Umso verwunderlicher, dass eine vertiefende Analyse zu den Anschlägen der letzten Zeit und ihren Hintergründen bisher kaum medial auffindbar war, ja, dass gewisse Fragen offenbar so sehr tabu sind, dass man schnell zum Aussätzigen wird, wenn man sie zu stellen wagt. Der Autor und Publizist Paul Schreier stellt sie dennoch. Jens Wernecke sprach mit ihm hierzu. Herr Schreier, Sie sind seit langem kritischer Beobachter sowohl der Militarisierung als auch der terroristischen Aktivitäten innerhalb westlicher Gesellschaften. Wie kam es dazu? Woher rührt ihr Engagement? Ich gehöre zu der Generation, die mit 9-11 politisiert wurde. Als die Flugzeuge ins World Trade Center einschlugen, war ich Mitte 20 und wollte verstehen, was da vor sich ging. Zunächst bloß passiv als interessierter Leser und Medienkonsument. Das eigene Schreiben begann erst Jahre später. So wie ich es erlebt habe, sind mit dem 11. September 2001 viele Menschen aufgewacht, auch was ein kritisches Bewusstsein den Medien gegenüber angeht. Jeder, der es sehen wollte, konnte damals erkennen, dass bestimmte Dinge nicht berichtet wurden, dass kritische Fragen und abweichende Sichtweisen unter dem Teppich blieben. Von Anfang an war alles auf eine Story zugeschnitten, Bin Laden und die 19 Räuber. Offene Fragen und Spuren, die in andere Richtungen wiesen, wurden nicht verfolgt. Dieser Tunnelblick, dieses Weglassen von allem, was nicht zur offiziellen Erzählung passte, das war irritierend. Wenn man mehr wissen wollte, musste man selbst nachforschen. Im Spiegel oder bei ARD und ZDF erfuhr man nur die amtliche Story. Das Misstrauen gegenüber den Leitmedien, das heute überall in der Branche beklagt wird, entstand für viele Menschen, mich eingeschlossen, genau damals, kurz nach dem 11. September. Können Sie Ihren Vorwurf, dass die Medien wichtige Dinge verschweigen, denn belegen? Vielleicht nur ein Beispiel. Im Oktober 2001 veröffentlichte die indische Schriftstellerin Arunthati Roy im Guardian einen scharfen Kommentar gegen den gerade begonnenen Krieg in Afghanistan. Der Spiegel veröffentlichte wenige Tage später eine deutsche Übersetzung. Darin fehlte allerdings ein entscheidender Absatz, in dem es um die dubiose Rolle der milliardenschweren US-Investmentfirma Carlyle ging, welche am Krieg verdiente. Roy hatte die Namen der an diesem Unternehmen beteiligten US-Politiker genannt. Ex-Präsident Bush, Ex-Außenminister Baker, Ex-Verteidigungsminister Carlucci. Diese sehr konkreten und ebenso wichtigen wie zweifelsfrei zutreffenden Informationen waren dem Spiegel offenbar zu heiß. Ohne eine Löschung auch nur kenntlich zu machen, wurde der Passus in der veröffentlichten Übersetzung einfach gestrichen. Als ich damals davon erfuhr, hörte ich auf, den Leitmedien weiter gutgläubig zu vertrauen. Das ist nur ein kleiner Puzzlestein, aber vielleicht ein sehr charakteristischer. Dieses Weglassen von Unpassendem macht inzwischen immer mehr Schule. Zuletzt wurde das im Ukraine-Konflikt deutlich, aber auch bei der Debatte rund um Griechenland. Eine bestimmte Sichtweise wird breit in den Medien geäußert, die Gegenposition aber fehlt oder sie wird von vornherein als unseriös und irrational abgewertet. Das führt dazu, dass Journalisten oft wie Sprecher der Mächtigen erscheinen und viele Zeitungen, mit den Worten der Kabarettisten der ZDF-Sendung Die Anstalt, als Lokalausgabe der NATO-Pressestelle. Gemeinsam mit Matthias Bröckers haben sie unlängst ja auch das Buch »Wir sind die Guten! – Ansichten eines Putin-Verstehers oder wie uns Medien manipulieren« veröffentlicht. Ihre Kritik an den Medien zielt also offenbar nicht auf einen Einzelfall, sondern auf eine, ja, systematische Manipulation? Es gibt eine wirklich beunruhigende Tendenz zur Einseitigkeit und wir müssen fragen, woher das kommt. Die Position der Leitmedien dazu lautet ungefähr »Alles Quatsch! Wir sind völlig frei in unserem Tun und bekommen keinerlei Vorgaben von oben, also gibt es auch keine Gleichschaltung.« Nun ist es in der Tat sicher nicht so, dass in den Chefredaktionen jeden Morgen jemand anruft, einen Tagesbefehl durchgibt und bestimmt, was geschrieben werden soll und was nicht. So eine Vorstellung ist wirklich Unsinn. Dennoch ist es für jeden halbwegs wachen Geist offenkundig, dass die großen Medien zumindest bei den Hauptthemen wie Ukraine, Griechenland oder eben Terrorismus tatsächlich mehr oder weniger das Gleiche schreiben. Es gibt da kaum noch substanzielle Unterschiede zwischen ARD, ZDF, RTL, FAZ, Taz, Spiegel, Stern etc. Der Grundtenor bei den einzelnen Themen, vor allem bei außenpolitischen Fragen, ist oft derselbe. Putin ist böse, Barufakis unseriös, Staatsterror bloß Verschwörungstheorie. Das finden Sie querbeet von Bild bis Süddeutsche. Aber wie entsteht dieser Gleichklang? Darüber sollte endlich einmal öffentlich diskutiert werden, und zwar nicht bloß in selbstgefälligen Scheindebatten wie dem ARD-Check, wo die Verantwortlichen sich gegenseitig auf die Schulter klopfen und die wirklich heißen Eisen nicht angerührt werden. Warum verhalten sich so viele Journalisten auch ohne Befehl von oben weitgehend uniform? Was glauben denn Sie? Ich denke, da spielen mehrere Aspekte eine Rolle. Zunächst mal gibt es ganz schlicht eine Abnahme der Vielfalt bei den Zeitungen. Redaktionen werden zusammengelegt. Das große Verlagshaus Dumont zum Beispiel hat eine Hauptstadtredaktion. Und wenn einer der Redakteure dort eine Story schreibt, dann erscheint die wortgleich in der Frankfurter Rundschau, der Berliner Zeitung, dem Kölner Stadtanzeiger und weiteren Blättern. Das erklärt schon mal einen Teil des Gleichklangs. Dann schreiben sehr viele Journalisten einfach von den Leitmedien ab. Sie schauen, was bringt Spiegel Online zu dem Thema und übernehmen einfach die dortige Perspektive. Das ist wirklich ein Riesenproblem. Man kann es fast täglich beobachten. Kollegen verzichten auf eigenes Nachdenken und schließen sich freiwillig der Masse an. Wir haben also zum einen einen wirtschaftlichen Druck durch Rationalisierung und Zusammenlegung, worauf die einzelnen Journalisten wenig Einfluss haben und zum anderen eine Mischung aus Bequemlichkeit und Opportunismus. Dann gibt es aber noch einen dritten Faktor, nämlich gezielt gesetzte Anreize und Karriereoptionen im Umfeld von Lobbygruppen. Es scheint mir zum Beispiel absurd zu behaupten, dass transatlantische Netzwerke keine Rolle in der deutschen Medienlandschaft spielen würden. Sie spielen eine Rolle und auch darüber sollte geredet werden. In diesen Netzwerken findet zwar keine Gehirnwäsche von Journalisten statt, wir leben ja nicht in Nordkorea, aber es werden dort eben gezielt Medienmacher eingeladen, von denen die Organisatoren wissen, dass sie schon ähnlich ticken. Und wenn diese Leitartikler dann weiterhin das schreiben und sagen, was in den Netzwerken zum guten Ton gehört, und wenn sie das weglassen, was man dort nicht gerne hören möchte, dann gibt es auch Belohnungen, wie etwa Einladungen zu exklusiven Konferenzen, Zugang zu einflussreichen Interviewpartnern und Aussicht auf Jobs im Umfeld der Netzwerke. Wenn solche Prozesse über Jahrzehnte ablaufen, dann entstehen irgendwann genau die Leitmedien, die wir heute haben. Die Pointe dabei ist, dass sich die besagten Medienmacher selbst für völlig integer und unabhängig halten. Im Online-Magazin Telepolis haben Sie in den letzten Jahren ja immer wieder auf Unschlüssigkeiten und Eigenartigkeiten bei bekannten Terroranschlägen, die hiernach noch jedes Mal dazu genutzt wurden, um den Abbau von Grund- und Freiheitsrechten zu forcieren, hingewiesen. Warum ist dieses Thema so wichtig für Sie? Mit Terror wird Politik gemacht, überall und eigentlich auch schon immer. Der Abbau von Bürgerrechten ist das eine. Zugleich werden mit Terroranschlägen weiterhin Kriege im Ausland legitimiert, die man sonst kaum durchsetzen könnte. Wir erleben es ja gerade wieder. Kurz nach dem Blutbad von Paris schickt die Bundeswehr Soldaten nach Mali und Tornado-Jets nach Syrien. Man sollte sich dabei immer wieder klar machen, dass eine Unterscheidung zwischen Terrorismus und Krieg völlig willkürlich ist. Der Krieg ist seinem Wesen nach eine Abfolge von Terrorangriffen. Der Krieg gegen den Terror ist also zutreffender ein Terror gegen den Terror oder noch zutreffender häufig ein Terror zur Erlangung von Bodenschätzen. Gerade deshalb ist es, dass es in der Zeitung der Krieg gegen den Terror ist,